Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Keine Todessehnsucht, alles in Ordnung. Ja, ob man nach diesem Podcast hier Todessehnsucht hat, werden wir dann sehen. Man darf uns gerne schreiben, tele-Stammtisch.de. Und Mordrum bitte nur an den Christoph. Bin ich gar gewohnt. Ja, und mit mir, dem Dom, wir sind jetzt auch, ja, ich weiß nicht, frohe Weihnachten gehabt zu haben, sage ich mal. Weil wir sind ja gerade so, wie es so schön heißt, zwischen den Jahren, ne? Ja, diese komischen Tage, die immer so verstreichen, wo die Gelackmeierten arbeiten müssen und die Glücklichen nicht. Ich gehöre zu den Gelackmeierten. Okay, ja, ich nicht. Und ja, die Zuschauer, die sich ab übermorgen, also ab dem 30. dann tatsächlich vielleicht mal vom Dauer-Rewatch von Glass Onion loseisen können, werden dann vielleicht hierauf stoßen. Und Netflix wird den wahrscheinlich im Portal auch mehr als, ja, auffällig anpreisen, könnte ich mir denken. Wobei, vielleicht verstecken sie ihn auch so ein bisschen. Aber was ist denn der Grund dafür? Christopher, magst du uns mal sagen oder zumindest, ja, versuch es, worum es in weißes Rauschen eigentlich überhaupt geht? 1985, pures Americana. Vor-Stadt-Siedlungen, schöne Häuser, große Supermärkte, Kombi-Autos. Eine Zeit, in der amerikanische Familien noch ungehemmt dem Kapitalismus frönen konnten, weil da ja da auch noch das Geld zur Verfügung stand. Und einer von diesen glücklichen Familienvätern ist der Universitätsprofessor Jack Latney, der weltweit für seine Hitler-Studien gefeiert wird. Er ist bereits zum vierten Mal verheiratet mit Ehefrau Babette. Ihre Kinder sind aus verschiedenen Ehen, aber sie haben auch ein gemeinsames. Und doch gibt es leichte Probleme, denn Jack wird häufiger von einer unerklärlichen Todesangst geplagt. Und er findet heraus, dass Babette auch Pillen nimmt, die er nirgendwo zuvor gesehen hat und die gar nicht als offizielle Medikamente aufgelistet sind. Und da kündigt sich dann auch dementsprechend ein Unheil an. Es kommt zu einem Unfall mit einem Tanklastwagen und einem Zug und eine schwarze Wolke fällt über den Ort. Die Personen, Familien werden evakuiert. Es ist unklar, wie giftig das alles ist. Und das ist erst der Anfang einer ziemlich wahnwitzigen Odyssee, auf die diese Familie dann geschickt wird. Ja, man merkt ja schon an der Zusammenfassung der Handlungen, dass in diesem Film halt wirklich sehr, sehr viel drinsteckt. Und auch nicht nur vom Umfang oder den Themen, die angesprochen werden, sondern auch so rein genre-technisch, sage ich jetzt mal. Das ist für mich tatsächlich mit Abstand das größte Problem, weil das ist so ein Amalgan aus verschiedenen Elementen, die für sich genommen auch gute und interessante Ansätze beherbergen. Aber die Mischverhältnisse und vor allem die Tonalität stimmen überhaupt nicht. Absolut. Weil Noah Baumbach ist jemand, der hat seine Nische. Und ich finde das toll, wenn so jemand etwas Neues probiert. Aber er ist eigentlich nicht der richtige Regisseur, um sich im Genre-Kino zu versuchen. Weil er halt nicht damit aufhören kann, Noah Baumbach sein zu können. Ja. Denn er wurde ja schon von vielen Leuten häufig durch seine Familien- und Beziehungsdramen als der neue Woody Allen angeprägt. Ich finde, das ist nicht zu viel des Lobes. Ich stimme damit ein. Aber das ist halt das Ding. Es hat seine Gründe, warum Woody Allen nie einen Genre-Film gemacht hat und warum Noah Baumbach das auch nicht machen sollte. Weil am Anfang fand ich diesen Übergang genre-technisch eigentlich noch relativ fließend inszeniert. Du hast die Einführung dieser intellektuellen Familie, die sich wirklich im Maschinengewehr-Tempo fantastische Dialoge um die Ohren hauen. Und Adam Driver und Greta Gerwig und auch die Kinder brillieren. Es gibt da überhaupt kein schwaches Glied in diesem Cast. Das ist absolut fantastisch. Und dann kommt es halt zur Katastrophe und du hast große Set-Pieces, die Noah Baumbach mit einer erstaunlichen Kompetenz inszeniert. Das sieht nicht so aus, als wüsste er nicht, was er da tut. Es sieht so aus, als beherrsche er das vollkommen. Nur dann, ich bin jetzt nicht mit der Romanvorlage vertraut. Ich meine, ich nehme an, er hat so viel, wie es geht, von diesem Roman in dem Film unterbringen wollen. Aber da ist irgendwie, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das auf einem Roman basiert, würde ich sagen, ja, bei einem bestimmten Punkt funktioniert der Genre-Hybrid, aber er verpasst irgendwann vollkommen den Absprung. Ja, das auf jeden Fall. Also der Film ist von der klassischen Netflix-Krankheit befallen. Er ist viel zu lang. Also der geht ja, glaube ich, zwei Stunden, 16, sehe ich gerade, also sagen wir mal mindestens 130 Minuten. Ja. Und das trägt er einfach überhaupt nicht. Vor allem die letzte halbe Stunde zieht sich wirklich sehr. Und da geht es dann auch wirklich mehr so in Drama-Gefilde. Da merkt man auch, das ist das, was Noah Baumbach beherrscht. Ähm, zwischen Greta Gerwig und Adam Driver, das funktioniert auch gut, aber ja, irgendwann hat es sich so ein bisschen totgelaufen. Und ich bin ganz ehrlich, ich fand den Film über weite Strecken auch interessant, aber ich habe mich zum, ich habe mir einfach zwei Fragen gestellt. Wo führt das Ganze eigentlich hin oder wo will dieser Film eigentlich hin? Was will er sein? Okay, und noch eine dritte Frage. Warum finde ich absolut keinen Zugang dazu? Ja, alle drei Fragen habe ich mir auch gestellt. Und ich bin jetzt immer noch genauso ratlos wie davor und währenddessen. Ich habe halt gedacht, gut, es geht um Panikmache in den 80ern, es geht darum, Leute gefügig zu machen, aber die politischen Aspekte, die flachen ja dann auch wieder sehr schnell ab. Und dann flüchtet sich der Film in private Konflikte, die Eheprobleme zwischen den beiden und schwingt sich dann aber auch wieder zu einer Kritik an der Pharmaindustrie und ähnlichem auf. Und irgendwo ist das eben so ein Fall von von allem ein bisschen und doch von allem zu wenig. Ich weiß nicht und ich stehe davor, diese Monstrum von einem Film und ich habe keine Ahnung, was den hätte retten können. Irgendeinen Handlungsstrang kürzen gingen nicht. Die greifen ja alle ziemlich ineinander. Andere Figuren rauslassen. Ich stehe davor und habe mich halt gefragt, wie hätte man es anders machen können? Und die Leute, die mit dem Buch vertraut sind, werden das hier, kann ich mir gut vorstellen, sogar richtig mögen. Weil sie sagen, ja, das Buch, das wird hier so gut es geht wieder gespiegelt. Es kommt mir irgendwie vor wie so eine Mammutaufgabe, wie halt als Frank Darabont The Green Mile machte. Und ich habe alles da drin, was ich kann und es ist immer noch nicht das ganze Buch. Ja, ich meine dieses Buch von Don DeLillo, das ist ja mitten in den 80ern geschrieben und das galt tatsächlich auch, wie es immer so schön heißt, als unverfilmbar. Und was man tatsächlich merkt, dass es in dem Buch wohl noch um einiges mehr Platz einnimmt. Also der Witz an Adam Drivers Figur ist ja, er ist ein Hitler-Experte, der aber wiederum kein Deutsch versteht. Und also da ist noch viel mehr mit Sprachrhythmen, Phonetik etc. in dem Roman wohl. Und das kommt hier am Rande eigentlich nur vor und wirkt auch ehrlich gesagt immer wie so ein Fremdkörper. Das ist für sich genommen zwar ganz amüsant, wenn dann da auch hier Don Cheadle auftaucht, der, naja, was bei Adam Driver das Fable für Hitler ist, ist bei Don Cheadle dann glaube ich Elvis. Ja, die sich im krassen Gegensatz gegenüberstehen, dann auch in einer Vorlesung. Ja, das ist die mit Abstand beste Szene des Films tatsächlich. Die hat unglaubliche Dynamik, fand ich, auch toll geschnitten, toll gespielt. Also wie die sich da förmlich in, ja, so einem Studentenkuratorium eigentlich intellektuellen Schlagabtausch liefern und was mir halt auffiel. Und das sollte auch, glaube ich, diese Szene veranschaulichen. Egal worüber der andere, der eine redet, sobald der andere über Hitler redet, ist der eine völlig im Hintergrund. Oder hast du noch auf irgendwas geachtet, was der von Elvis erzählt hat? Nein, weil diese Szene hat mich auch förmlich erschlagen. Und das ist, obwohl es, das ist das Problem. Du kannst hier qualitativ nichts bemängeln, nicht das Schauspiel, nicht die Inszenierung, den Schnitt oder sonst irgendwas. Aber es stellt sich einfach ab einem gewissen Punkt ein totales Erschöpfungsgefühl ein. Es gibt halt schon relativ spät im Film einen klärenden Streit zwischen Adam Driver und Greta Gerwig, wo sie darüber reden, was sie eigentlich da mit diesem Pharmakonzern zu tun hatte, wie sie an diese Pillen gekommen ist und was sie dafür tun musste. Und für sich isoliert ist diese Szene eigentlich fast schon genauso gut wie der Streit zwischen Driver und Johansson in Marriage Story. Ja. Nur, du hast an diesem Punkt schon dieses fast zweistündige Biest hinter dir und dann kommt diese Szene und ich hab da wirklich gehangen und wollte nur noch abklatschen. Ja, ja. Ich kann nicht mehr. Bitte, kommt zum Schluss. Ja, und der kommt dann einfach auch nicht zum Ende. Wobei man muss sagen, das Ende ist, bei dem Film würde ich tatsächlich empfehlen, den Abspann wirklich mal abzusitzen. Nachdem man ihn jetzt, also er lief ja glaube ich, ich glaube ab 8. Dezember lief der in einigen Kinos, aber wie man das ja kennt, führen ja Netflix-Filme hier auf der Leinwand ein großes Schatten da sein. Also wenn sie überhaupt mal in einigen Kinos laufen. Und der Abspann ist tatsächlich für sich genommen sehenswert. Da merkt man auch, dass hier wohl ganz schön Arbeit reingeflossen ist. Also wie ich's gehört hab, Noah Baumberg hat tatsächlich diesen, ja so ein 80er Jahre Supermarkt hat er tatsächlich nachbauen lassen. Ja. Also da steckt wohl auch ziemlich viel Detailarbeit drin. Im Allgemeinen, technisch ist das hier brillant. Und wenn er weiterhin vorhat, sich auch mal in anderen Genres zu versuchen, würde ich sagen, handwerklich beherrscht er das. Die Art und Weise, wie das aussieht, der Look. Auch zum Beispiel diese ganzen Panik-Szenen, wenn dann die Leute wieder panisch aufbrechen müssen und die versuchen, mit dem Auto eine Abkürzung zu nehmen und wo sie dann landen. Das ist alles absolut fantastisch. Aber es ist halt alles, das sind halt die Fleisch- und Kartoffelstücke in diesem gigantischen Eintopf, wo alles mögliche drin schwimmt. Auch einiges, was nicht sehr bekömmlich ist. Ja, wo einfach zu viel drin schwimmt und zu viel auf einmal, wenn du das so nach und nach, also ich glaub, der Geschichte würde das auch besser tun, wenn sie sich erst so nach und nach entfalten kann. Auf der anderen Seite hat der Film auch in der ersten Hälfte viele Längen, weil du dich halt fragst, ja was soll das jetzt alles? Was erzählst du mir da? Ja, und sobald du dann da mal ein bisschen reingefunden hast, kippt es dann halt in so ein, ja so ein 90er Jahre Katastrophenfilm-Szenario und da werden auch einige Klischees des Ganzen auf die Schippe genommen. Also da dachte ich mir dann, ja, das wird jetzt irgendwie zu einer Satire über Hollywoods Katastrophenfilme und es wird ja auch, Noah Baumberg hat es ja in einem Interview tatsächlich erzählt, er hat den Roman vor Urzeiten gelesen, also der Roman wurde 1985 veröffentlicht. Und dann hat er ihn noch mal kurz vor Beginn der Corona-Pandemie gelesen, also 2019 und dann ist ihm wohl im Nachhinein bewusst geworden, ja, wie viel da drin steckt, was man auch so eben aus der heutigen Zeit kennt, ne, also hier wird immer mal wieder verwiesen, hier wird, also hier Fake News, Desinformation, ähm, weiß ich nicht, ja hier Panik hattest du ja schon, Angst vor dem Tod, äh, so generell so kleinbürgerliche Sorgen. Da steckt alles da drin, aber es, es findet irgendwie keinen richtigen Rahmen. Es sind auch teilweise dann nur so Randerscheinungen, die, die, äh, mal eben auftauchen, bestes Beispiel, werde ich jetzt nicht spoilern, aber Armin Rode taucht in diesem Film auf und ganz am Ende noch Lars Eidinger. Ja, da werde ich jetzt natürlich nicht verraten, in welchem Kontext, keine Sorge, aber, ja gut, Lars Eidinger, muss ich sagen, fand ich zumindest, äh, blieb zumindest im Gedächtnis, wie oft, ne, aber, äh, Armin Rode zum Beispiel wird in diesen Film geschmissen und dann gibt's einen Cut und du denkst dir so, hast du jetzt gerade irgendwie eine Stunde übersprungen? Oder, also, das, das, und dann ist das auch total antiklimatisch, was dann da passiert und dann geht der Film aber irgendwie nochmal eine Dreiviertelstunde weiter und du fragst dich, was kommt denn jetzt hier noch? Ich hatte auch fast mit so einem Twist gerechnet, wie, äh, so, so aller Don't Worry Darling, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht mehr. Dass da, dass da noch irgendwas ist, irgendeine tiefe Ebene muss da sein und ich denk mir so, nein, es, da ist nichts und, äh, ja, hab ich ja schon gesagt, das große Problem ist, äh, Themen für sich und auch so die Genre-Versatzstücke, die sind für sich genommen gelungen, aber es ist, gut, am Anfang vielleicht noch, aber zum Ende hin, ja, die, die, die Mischverhältnisse, das stimmt nicht für mich, tonal vor allem. Ja, er verspielt ab einem gewissen Punkt einfach völlig den guten Willen. Ja. Weil du hättest das mit dieser Katastrophe durch die Giftwolke zu Ende führen können und dann hätte die Familie wieder zurück zu ihrem Alltag gehen können und ich sage nicht, dass man diesen Handlungsstrang mit den Pillen und der Pharmaindustrie hätte fallen lassen müssen. Nein, nein, der ist so elementar. Ja, den hätte man in einem Rutsch mit der Katastrophen-Storyline auch auflösen können. Wäre vielleicht ein bisschen kompliziert gewesen, aber da hätte ein Schuh draus werden können. Ja. Ja, der hat auch reichlich gegen den Strich besetzt. Greta Gerwig kannst du ehrlich gesagt kaum erkennen. Die sieht ja mal sowas von bescheuert aus. Also das erinnert mich schon an Cameron Diaz in Binjo Malkovich ein bisschen. Ja. Wenn er auch nicht ganz so verlottert, aber durchaus im Gedächtnis bleiben, sagen wir es mal so. Und auch drumherum, also die Besetzung stimmt, wobei Don Cheadle, den hätte man zum Beispiel, das hätte man zum Beispiel komplett rausschneiden können. Das wirkt wie so ein Überbleibste des Buches, was Noah Baumbach dann einfach nur drin hat, um es drin zu haben. Ja, das war amüsant mit ihm, aber der wirkte wie ein Sidekick. Ich meine, wo wir da gerade bei Klischees in Katastrophenfilmen sind, der wirkt halt wie der Kollege des Protagonisten in einem Roland Emmerich-Film, der irgendeinen Spleen hat und nur dafür da ist, um eben reinzuschauen und mit dem Protagonisten eben die typischen Informationsdialoge runterzuhacken. Ja, gut. Ich suche die ganze Zeit auch nach etwas, wo ich sagen kann, hätte man das kürzen können, hätte man das kürzen können. Weil, wie gesagt, das große Problem ist die Länge. Und das ist alles so miteinander verknotet, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber ja, Don Cheadles Charakter wäre da ein guter Anfang gewesen, um mal im Schneideraum die Schere anzusetzen. Hattest du denn auch, weil ich ja gerade schon darauf erwiesen hatte, das Gefühl, dass der Film schon, obwohl der Stoff ja aus den 80ern stammt und auch in den 80ern spielt, dass da doch vieles so aus unserer aktuellen Welt hineingeschwappt ist? Das kann man so sehen. Ich finde jetzt weniger, dass er hier versucht hat, extrem zeitgemäß zu sein. Dafür war er eben auch zu sehr in seinem 80er-Jahres-Setting verhaftet. Ja, absolut. Das muss ich auch mal kurz sagen. Also, Supermarkt hatte ich ja schon erwähnt. Was den Look vor allem angeht, ist das echt gelungen. Der Film, also, wenn du es nicht besser wüsstest und die Auflösung vielleicht noch ein bisschen schlechter wäre bei Netflix, dann könnte man wirklich glauben, der ist aus den 80ern, der Film. Da stimmt wirklich alles. Das Farbschema, die Kamera auch in Teilen, das ist großartig, wirklich. Der wirkt richtig schön oldschool in der Hinsicht. Ja, weil Baumberg ist nun mal ein reifer und erwachsener Filmemacher und er bringt diese Dekade zur Geltung durch den Look und nicht durch Popkulturanspielungen. Das ist besonders toll, dass er in der Lage ist, sich das zu verkneifen. Das ist bestimmt nicht beabsichtigt von ihm gewesen, aber es gab da einen Shot mit dem Highway und dem Staus und dem Himmel und dieser Wolke und diesem roten Riss in der Wolke. Das war ein Shot, der hätte eins zu eins auf Stranger Things stammen können. Das war nicht seine Absicht, aber es sah halt, wie er es bezwecken wollte, nach 100 Prozent 80s aus. Ich fühlte mich auch gerade da, ich meine Stichwort Wolke und so Mystery, der wirkt da auch fast wie so ein, wie der Streaming-Bruder von Nope in der Hinsicht irgendwie. Ja, doch. Also von diesem Jahr jetzt, aber ja, ich, es ist, also man ist ratlos bei dem Film und trotzdem weiß man irgendwie schon, was falsch gelaufen ist. Und ja, es ist halt wirklich so ein ganz klassischer Fall von, ja, die Summe der Teile ist mehr als das Gesamtbild, wie es so schön heißt, ne? Exakt. Dennoch, ja, es ist so die Frage, wem würde man dem empfehlen? Gut, Leute, die mit dem Setting und der Thematik was anfangen können, also generell Panikmache und so weiter in den 80ern. Und da würde ich in erster Linie sagen, obwohl das ein sehr überschaubarer Kreis ist, Leute, die das Buch mochten. Mhm. Weil ansonsten würde mir niemand einfallen, dem ich das jetzt hier aufs Auge drucken möchte. Ja, also ich nehme an, gewisse Leute werden ihn wahrscheinlich schon gucken, die halt offen dafür sind. Und Noah Baumberg-Fans würden ihn wahrscheinlich auch gucken wollen, würde ich auch nicht von abraten. Es steckt ja auf, was so das Familiendrama und so die Beziehung untereinander angeht, da steckt ja auch durchaus noch was von ihm drin. Mhm, ne? Ich hätte tatsächlich auch gerne noch mehr von den Kindern gesehen. Die gingen irgendwie dann zu sehr in den Hintergrund. Da war beispielsweise, die hab ich vor ein, zwei Jahren in einem auch recht sperrigen Indie-Film gesehen, hier die die Ziehtochter gespielt hat, hier Raffi Cassidy heißt die, glaube ich. Da hätte man noch mehr draus machen können, finde ich. Die sind viel zu abseitig. Ja, vor allen Dingen, da sieht man halt eben seine großen Stärken, die trotz dieses ganzen Mischmaschs hier immer noch zur Geltung kommen. Ja. Er ist rasiermesserscharf, wenn es darum geht, Figuren zu skizzieren. Und wenn du hier Kinder hast von einem Akademikerpaar, dann können die natürlich ganz schnell in diese Spalte fallen, altkluge Nerven sägen, die halt nur reden, wie Kinder nicht reden und viel zu, viel zu gebildet und clever wirken für ihr Alter. Aber hier, es wirkte absolut natürlich. Du hast diesen Kindern abgekauft, dass die so sind, weil die halt in so einem Haushalt aufwachsen. Und das wirkte wundervoll natürlich. Es ist aber auch alles, also mit realistischen Erwartungen sollte man hier so oder so nicht dran gehen, weil es ist alles, es ist alles drüber. Also gerade was die Dialoge angeht, die sind geschliffen und zugleich überspitzt. Wer da vielleicht Freude dran hat oder halt am Schauspiel von Adam Driver, weil also, ja gut, über Star Wars kann man streiten, aber ansonsten kenne ich nichts Schlechtes, glaube ich, wirklich mit Adam Driver. Aber ich bin mal gespannt, wie der sich nächstes Jahr schlagen wird. Der ist ja, weiß ich nicht, also abseits von Star Wars hat er ja eigentlich bis jetzt nur Indie-Kino gemacht. Und jetzt ist er nächstes Jahr ja irgendwie in so einem Dino-Action-Science-Fiction-Ding drin. Da bin ich gespannt, was er da für eine Figur machen wird. Ich will diesen 65 heißen, dieser Dino-Action-Science-Fiction-Ding. Genau. Ich will den sehen, aber ich hatte den jetzt kurz vergessen. Ich hatte ehrlich gedacht, du meinst jetzt Ferrari von Michael Mann, in dem er auch nächstes Jahr zu sehen. Stimmt, ja. Da bin ich sehr froh. Aber ja, den Dino-Sci-Fi-Film, den will ich auch sehen. Also wenn er sich dafür hergibt, dann muss da ja schon was dran sein. Und mit Noah Baumbach wird es ja nächstes Jahr, ja gut, nicht mit Noah Baumbach direkt, aber mit ihm und Greta Gerwig wird es ein Wiedersehen geben. Denn Greta Gerwig wird ja nächstes Jahr den Barbie-Film mit Margot Robbie inszenieren, wo ich mir dann auch denke, ja, also der hat auch zwei Optionen. Entweder der wird richtig interessant und was richtig Unerwartetes oder halt wirklich absoluter Quatsch. Ja, wenn ich natürlich, wenn der auch in Deutschland genauso startet wie in den USA und ich habe die Wahl zwischen dem und Oppenheimer, werde ich natürlich zuerst in Oppenheimer gehen. Aber es ist nicht so, dass ich den Barbie-Film nicht auf dem Schirm habe, das habe ich tatsächlich. Das könnte sehr komisch werden. Ja, gab es ja jetzt schon den ersten Teaser. Man kann uns aber natürlich dann auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Weißes Rauschen schon auf Netflix gesehen habt. Wie gesagt, ab dem 30. Dezember dort verfügbar. Wäre natürlich interessant, wenn sich hier auch mal welche unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in der überschaubaren Masse, wenn sich da welche zu Wort melden, die vielleicht auch das Buch gelesen haben. Das fände ich sehr interessant, weil ich war total geplättet, als ich im Absprang gesehen habe, dass das hier auf einer Romanvorlage basiert. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende, Christopher. Christopher, ich glaube, das ist auch der letzte Podcast für dieses Jahr, wenn ich mich nicht irre. Kann sein, kann sein. Mal wieder ein sehr schönes Jahr geht zu Ende. Danke allen fürs Zuhören. Danke dir, Dom. Du hast mir ja auch bei vielen Casts dieses Jahr mal wieder zur Seite gestanden. Kann ich nur zurückgeben, es war ja eigentlich fast umgekehrt, oder? Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, aber wir sind ein Team. Ich habe blond mit dir besprochen, ich habe einen Stein im Brett, ich weiß, ja. Total. Ja, und du mit mir, The Wonder, kann man auch in beide sehr, sehr gerne reinhören. Nee, wir machen jetzt hier den Cut. Deshalb können wir an der Stelle, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, von anderen wird wirklich nichts mehr kommen. Das ist hier der letzte Cast. Und deshalb kann ich dann wahrscheinlich auch so im Namen der gesamten Tele-Stammtisch-Redaktion, also nicht nur von uns beiden, sondern insgesamt, ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Wir haben schon einiges in der Pipeline, was so auf euch zukommen wird, da freut euch drauf. Und ansonsten würde ich sagen, ja, guten Rutsch und macht das Beste draus. Ciao, ciao. Guten Rutsch, bleibt gesund und hoffentlich viele, viele große Film-Highlights 2023. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.